Jetzt lass meine Hand los, Brunenhilfe. War das nicht abgemacht? Au! Was ist denn? Das ist ein Boot. Au! Ja, das geht immer... Au! Entspann dich doch mal ein bisschen. Du hast gesagt, dass wir heute einmal ein bisschen Spaß haben. Au, ja das ist doch kein Spaß. Fahr ich jetzt rückwärts? Au! Mein Gott! Beruhig dich doch mal! Hey Brunhild! Hi! Hi! Und wie geht's dir denn heute? Ach! Und was tust du gerade am meisten? Warten! Was war denn das erste Wort, das du sagen konntest? Für! Bist du ein Gefühls- oder Kopfmensch? Gefühls! Sind Männer das stärkere Geschlecht? Ach, eh nicht! Hast du je einen Kampf verloren? Ja, das weiß ja wohl jeder. Nenne drei positive Eigenschaften der Macht. Äh, Selbstbestimmung, Kontrolle, ja und Macht. Warst du je einsam? Ja! Wie würden dich andere in drei Leute angeschreiben? Wahrscheinlich hitzig, kühl? Eifersüchtig! Und was fürchtest du am meisten? Nichts! Kennst du die Liebe? Ja! Wen oder was verachtest du? Unter! Mit wem, ob tot oder lebendig, hättest du gerne mal ein Dinner? Krimel! Welcher ist dein liebster Ort? Der Strand! Zufall oder Schicksal? Schicksal! Wen oder was vermisst du? Trigger! Und was ist deine Superkraft? Stärke! Nenne eine Sache, ohne die du nicht leben kannst! Küsse oder Umarmungen? Beides! Feuer oder Eis? Feuer! Dein größter Verlust? Trigger! Deine größte Freude? Blöde Frage! Nächste! Bist du eifersüchtig? Ja! Vergebung oder Rache? Äh, Rache! Und wovon träumst du nachts? Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Was bereust du? Nichts! Streitest du gerne? Nee! Wie fühlt sich Unterlegenheit an? Ja scheiße, was glaubst du denn? Und wenn dein Leben verfilmt werden würde, wer sollte dich spielen? Ähm... Diebke Puls! Wenn du einen Sohn hättest, was würdest du ihm raten? Wer hat eine Frau! Und was deiner Tochter? Wer hat ein Mann! Brunhild, wo ist Fregar? Island oder Burgund? Äh... Island! Björk oder Sigourös? Björk! Was riechst du am liebsten? Asche! Asche! Wovor ekelst du dich? Schwäche! Wer oder was macht dir ein schönes Gefühl im Bauch? Sag ich nicht! Was ist dein Lieblingswort? Brümpestei! Zusammen oder allein? Zusammen! Rausch oder Ruhe? Rausch! Wen bewunderst du? Grimhild! Verstehst du Grimhilds Rache? Natürlich! Gunther oder Siegfried? Gunther! Hochmut oder Demut? Demut? Ich weiß ja gar nicht was! Meer oder Weiher? Meer! Zwergen oder Riesen? Riesen! Tag oder Nacht? Tag! Deine letzten Worte nach Worms lauten? I'm gonna fucking kill you! Und jetzt setzt du dich hin Brunhild und jetzt fahren wir nach Hause! Setz dich hin! Hinsetzen! Ja, ich sitz noch! Au! 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 Jetzt hör auf mit dem Scheiß! Au! Jetzt darfst du nicht mehr Spaß sein mehr! Wir treten jetzt richtig los, dass wir über den 5 Minuten dauern. Tschüss! Ja, ich bin froh! Ich bin froh! Ja, ich bin froh! Ja, ich bin froh! Bis zum nächsten Mal.